Musik Hallöchen Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon 2 Silver Edition Und ja, wir haben ja im letzten Part erfolgreich den Flagmon-Brunnen geschafft Unser Zuball ist Level 16, Vati ist Level 15 und Kani-Mei Level 17 ja und Tuggepi ist auch geschlüpft Ja, sehr geil, sehr geil, wir könnten jetzt erstmal, ich würde sagen, die Arena machen Werd jetzt aber mal gucken, dass ich Kani-Mei endlich mal zur Entwicklung bringe Na na, es wird jetzt mal langsam Zeit, würde ich sagen Ach ja, das wäre so eine komische Arena Ja, da komme ich glaube ich zum Trainer, ne? Ja, gut Ich wollte eh zum Trainer Ein bisschen trainieren Mal gucken, was heute so in den zwei Parts geht, die ich wieder aufnehmen werde Mal gucken, hoffentlich finden wir wieder coole neue Pokémon und so Ja, auf jeden Fall ziemlich geil Oh, der zieht aber nicht nach dem Level-Up aus, nach dem Trainer Schade Hätte ich jetzt sogar gedacht Aber man soll ja nicht immer so viel denken, ne? Ratatouille, I hope he's down Sehr gut Und noch an Leo Killen wir natürlich sofort Und damit bist du auch weg Ratz die Boney Boney honi Okay, ich denke mal beim nächsten Trainer werden wir ein Level-Up bekommen Und werden uns dann endlich auch mal zu Tyrakrog entwickeln So, jetzt will ich aber mal hier nach oben Welchen nehme ich denn dafür? So, den hier Der müsste es glaube ich sein Wenn man das so sieht Ja Super Ba-bam-bam Alles klar Nächster Trainer Oh, der hat drei Pokémon, ja, der sieht gut aus Für eine Entwicklung Go Karimani Dann tue ich gleich Wenn er jetzt 18 kommt Die nächsten zwei für Vati Damit Vati auch noch auf Level 16 kommt Aber er kommt nicht Level-Up Oh, Mann, oh Ah, beim Kokuna, aber 100 Pro Kokuna hat eine hohe Verteidigung So gesehen, eigentlich Und ich finde die Trainer hier sind richtig schlecht Level 13 Äh, Level 9 erstmal Aber der Arena-Leiter ist glaube ich auch schlecht Der hat glaube ich sein stärkstes ist glaube ich ein sicherer Level 13 oder so, ne Da war doch irgendwie was So Level 18 Oh, ein Vibor Ja, da kommt Und zwar hat er gerade gerufen Ich glaube es ist doch jetzt Käferflug, ne Oder? Ich weiß es gar nicht Oder es ist nur Käfer Naja, finden wir es heraus mit einem Donnerschock Reinen Donnerschock So Müsste eigentlich sehr fiktiv sein, oder? Ne Okay, dann ist es nur ein Käfer Zieht ganz schön wenig ab Fünfmal getroffen hier, der Fatzke, der Na, wir dürfen zweimal lang Ja, gut Wegen Paralyse So Gibt es da ein Level? Ah, fast Schade Meine Team mit Pokémon sind an Lembo nicht genug Nein, sind sie auch nicht Und Karimani entwickelt sich endlich 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 Die zweite Entwicklung am Start hier Das gute alte Tyrakrok Der Karimani wurde zu Tyrakrok Yeah Erlernst du das? Nein Und da ist es auch schon Es läuft schon hinter uns her Und es freut sich Es ist hochmotiviert Packen wir mal Vati nach vorne Und du? Bist du? Freust du dich? Vati ist auch motiviert Oh, wir kommen zu dem Doppelkampf Ja La 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 Ach nein, ich wollte noch nicht nach vorne Jetzt habe ich Tyrakrok und Vati Ne, Zubat Ja, Zubat So wollte ich dann sehen Glaube ich, dass es Zubat war In zweiter Stelle Hoffentlich V-Barack und Lady Ja Los, Vati Und Zubat Kümmern wir uns als erstes Um das Ladybar Auf Level 10 Okay One-Hit One-Hit-Tabyss Und ein Donner-Shop Bam Vielleicht wenn man Glück haben ist Ist, 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 ist Jetzt warte ich Level 16 Wäre auf jeden Fall geil Ja, sauber Sauber So, jetzt kann ich nämlich Zubat trainieren Bis 18 Und dann Vati bis 18 Ja, ich mache das immer so komisch Aber ich finde, so trainiere ich am schnellsten Toggepi nehme ich nicht ins Team Ne So, Zubat Das geht ab Ist auch hoch motiviert Das freut mich doch So, jetzt komme ich hier zu dem Roden Zu dem Roden Jetzt müssen wir, glaube ich, da oben zu dem noch hinkommen, oder? Ne Okay, den haben wir dann wohl übersprungen Ja, dann würde ich sagen Here we go, ne Machen wir mal den zweiten Roden jetzt Lass mich dir meine Eine Kostprobe geben Das war, du Drellfass, liebe Koi Er setzt jetzt schon sich nur ein Fuck Damit habe ich nicht gerechnet Erstmal einen Superschall Falls wir treffen Natürlich nicht So, gut Getroffen Und jetzt ein Biss Was? Oh Gott Ne, da tausche ich aus Weil ich will jetzt nicht Das kann mir versauen mit Mit Zubat Ist nicht mehr verwirrt Okay, er wechselt aus Was? Alter Also muss Tyrakok es doch irgendwie reißen Das Ganze hier Oh, ein Safkorn mit Tackle Oh Mann, Catwender hat echt viel abgezogen Heftig Heftig Ja, jetzt kommt wieder Sichlor Ja, 17 Läuft bei dem Oha Mein Gott Mein Gott Er wechselt nur aus hier Weil du kannst dich nicht Dein Letztes Alter Macht der Damage Heftig Und ich hab mich mal belebe Wann dieses Scheiß Scheiß Sichlor einsetzt Ne Oh Gott Der hat schon hier verloren Das geht ja ab Schon Muss ich schon sagen Egal, egal Wieder rein hier Hm, welcher war das denn jetzt der So, go Schneller Oh, jetzt komme ich wirklich zu Oder? Ne Ich wäre zu dem gekommen, wenn ich den Schalter gedrückt hätte So So Ist jedenfalls da, machen so Und jetzt kommen wir da lang Und jetzt gibst du mal wieder auf die Schnauze, mein Freund Er setzt hier direkt sein hässliches Energiefokus So Donnerville hat geklappt So Jetzt dürfen wir rein theoretisch Und noch Angreifen Ja Ja, ja, ja Warum darf er trotzdem Angreifen, Mann Nur weil's ruckzuckieb ist, oder was Alter Ich weiß, dass er jetzt einen Trank einsetzen wird Deswegen will ich auch einen einsetzen Ja Aber würde ich halt erst angreifen Ist paralysiert Ja Ja, toll Darf trotzdem angreifen mit ruckzuckieb ETF Na los Du schaffst es Ja, sauber Sag ich doch, Mann Krieg den Man muss nur nachdenken an deinem BMA Ich habe Schnitt gemacht So, ein komplettes Level für Vati Ja, der Behinderte ist hier wegen Zugott, ey Oh Mann Mach es fertig Komm, mach da So, weg Ja, Kokuna jetzt auch noch eben Rats Ham, 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 ess ihn auf Nein, er hält nicht durch Denn wir besiegen dich jetzt Tschüss Tschüss Oh, mito kaputt gegangen Spiel aber sie Wow, das war ein menschlicher Kampfdor Wir erhalten den Indict-Orden Japa Ah, sehr gut Die Liste Level 30 Geholfen uns alle Verkehrtwende Verkehrtwende So weit denke ich ja nicht Ach, jetzt komme ich zu ihmchen da oben Ne Komm, ab, zurück Das dauert doch viel zu lange, ey Oh Mann, zu bird Zu bird, zu bird Mal gucken, ob es ihm besser geht Magst du mich noch? Er schaut sich gehetzt um Und scheint irgendetwas zu suchen Ah, warte mal Wir waren doch jetzt im Flecken irgendwo, ne Da, da, da So, jetzt hören wir mal eben Weil die Ach, ne Porenta waren das So, Freundchen Ah, er freut sich Äh, vielleicht gibt's hier die Angel Nein So, aber was gibt's denn hier so schönes? Ja, Holzkolofen Ach ja, vielleicht können wir jetzt unsere Bälle abholen Sind die fertig? Ah, da bist du ja Ich bin gerade mit der Verarbeitung fertig geworden Hier ne Mond Bälle Aha So, ich hab noch ein paar Nehmen wir mal die grünen Nein Beide Ah Yes Ey, cool Die Mondbälle will ich mal sehen Mondball Ein Wald, der sich besonders gut eignet Um Pokémon zu fangen Wie sich durch einen Mondstein Das ist ja voll kacke Naja, okay Leute Dann will ich sagen, mach ich einen Cut Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Bis zum nächsten Mal wieder Ciao Bis zum nächsten Mal wieder 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 Bis zum nächsten Mal wieder